Wie, wer, was, wo, was? Käse. Komische Namen. Käse, ähm... Tiktok on the clock. Partymucker. Ähm... Wir haben noch 62 Qs, übrigens, mit Metall, äh, im Koffer gehabt. Oh, geht, oh! Fooling. Oh, geht nicht mehr. Oh, ich wurde gekickt, ey! Oh, mein Gott. Tohling. Tohling. Ich mach die ganze Zeit aktualisieren und hoffe, da passiert nichts. Fick der Gekei. Refresh. Ah, ist gut. Bringt hier überhaupt was? Wir haben ja nicht so viel zu essen. Boah, boah, ey! Ich könnte so auslassen. Wieso machst du das nicht? Warum denn wohl nicht? Ich schau jetzt mal das ganze Essen, weil wir uns hier immer getan haben. Das ist, das heißt... Das ist dann mal zu hören. Letztensale gehen... Das ist dann mal zu reden. Das ist dann mal zu reden. Alle gehen, aber der verfickte Kack-Server geht nicht. Boah, no connection. Ah, dann gehe ich eben mit dem Erkonten meines Freundes rein und gucken. Nee, hilft dann den Elux, so lange. Ah, geschafft! Oh, Mann. Boah, geht auch nicht. Boah. Irgendwas stimmt damit. Ist das wirklich? Ja, das ist wirklich der Grund meines Freundes. Ficken, ey. Oh, yeah. Mine gefunden. Eine ganz frische neue Plusminenschacht. Ach du Scheiße. Und ich sehe, fail. Das ist auch eine Spalte. Das ist auch eine Spalte. Das ist auch eine Spalte. Ne. Normale Minerheit, Plusminenschacht und viel Laber. Jetzt wird der mehr anders zeigt. Aber wenn ich bestimmt doppelt draufklicke, dann steht das schon wieder kannte. Na ja, das ist auch ein bisschen. Ja, das ist auch ein bisschen. Oh, nein. Oh, nein. Da ist es ja so sehr hart. die mit du kommst jetzt auch mal mit bitte keine zeit du kommst du zuvor hier unten gibt es richtig klärt mir was hat es nur nirgendwo sorgs was du hast du sorgst du auslösen war und gar nicht um meine fresse ich finde glaube ich würde die belohnen lässt sich nicht ab Oh, was für ein Wunder. Jesus, sei gepriesen, ey. Timo ist auch geil hier unten. Der hat schon eine hohe Stimme. Ja, nur weil ich mich immer freue. Man kann sich auch normal freuen oder so wie Lux. Ganz laut, mit ganz hoher Stimme. Wie ein Mädchen. Boah, Alter. Ich habe Kuchen in meiner Tasche. Ich habe schon Gambling Kuchen hier. Das ist nur schön, dass ich gerade Diamant gefunden habe. Wow. Cool, tp, was? West Point. Ey, Timo, stelle dich mal dahin und guck mal. Geil hier. Oh, Gold. Schau mal hier, geil. Ey, wie kannst du denn Gold hier abbauen, ey? Ja, ich wollte auf eurer Sparten. Hat Gold bei dir keine Sextur oder was? Ja, aber wie kannst du denn abbauen ohne... Oh. Oh. Lass uns runterfällt. Ja. Textaufgabe. Wie in Mathematik. Ah, was willst du denn mit Mathe? Berechne den Umfang, um... Um, äh, jetzt mal, um die Diamanten zu kriegen... Ach, Diamanten. Um das Gold zu kriegen. Ja. Ja. Das ist ein schönes... Das ist dann die Saßaufgaben in der Schule gemacht, oder? Trotz abgeholt, scheiße. Sicher, ich habe es ja aufgehört, wenn ich gut... Aber... Aber nicht solche Sachen, wie du gemacht hast. Mh... um was soll auf welcher Schule was eigentlich also in welchem Schultyp ach du ja mein jemand ja der Mann kommt aber in die Kiste zu was dann bin ich wohl hier dein Timo Berufschule zu was auch so hat Spaß gemacht 9 Hauptsache der Diamant dann habe ich noch was die Lauer geschmissen kennt man der kennt kennt man die mich vor sich aber Ura oder so er will ich aber ich habe mich an dem Tag gar nicht gut gefühlt aber was passiert echt Prozent mindestens fünfmal die Lauer gefallen und dadurch nicht noch schlecht gefühlt ne ich habe mich schon schlecht gefühlt als oah Eisen so viel unnötiges Eisen unnötig ja wenn du wenn du meine Karte hättest und da geguckt hättest wie viel Eisen ich da hab ich hab ne ganze Reihe voll von Eisenblöcken hat er ich kann es bezeugen und ähm ich glaube drei Kisten voller Kohle kann ich bezeugen nur mit äh Gold ich mach mir aus dem ganzen Gold hier so ein Ring wie bei Herr der Ringe ein hat er ein schatz schau ho ich darf werden glücklich sein jetzt fett in Lava springen das ist ein Diamant glaube ich glaube ich kann sie sehen oder es geht einfach so was für eine geile Physik oder wie ich überspringe einfach die Lava mit so einem Mega-Jump nö hier hier war es noch nicht und es wird immer um den Strom hoch jetzt ein bei ich vorher noch nicht warum Prozent die das ist immer das Positives Boah! Sag mal! Hakt oder wat? Da ähs ich mir noch paar Pringles Oh wat aus Pringles? So cream onion Wo hat denn Space? Oder Salt & Pepper Test, Test Achso, das ist ja hier meine Welt Okay, das ist wieder online Du musst ja eine scheiße Einstellung wieder neu schreiben, ne? Aber neu hier auch nicht der wuchs voll am schrotzen Minenschacht Aaaaaaah Boah, muss ich... Ich habe eine Minenschacht gefunden Ja, GZ, ich komme da nicht rein, ich komme nicht mehr auf den Server rein Natürlich mussten die den scheiß Server erstmal später schließen, wieder nach 10 Sekunden Komm ich rauf, ey, dann geht das auch wieder nicht Ja, eine Shit Happens Ja, Shit on you Was willst du? Nix will ich Jut Verfluch dich Kekse Tut dir ganz lang an Kekse Fert deine Kau und Hecken Mh Und ihn an serbische Kinder verkaufen Was hast du geraucht? Ich rauche nix, nix, meine Güte, eh Lux Das müsstest du eigentlich schon wissen Du Dauerqualmer Rinn Du nimmst eindeutig das falsche, Divi Boah, ey Ich glaube, du hast die Zigaretten einfach in die Ohren gesteckt Glaube ich Und dann geraucht Durch die Ohren Und sonst bist du gesund, wa? Mann Das müsstest du eigentlich nicht fragen So oft die du, äh, fragst Jo Lass mal raten, ihr seid, äh, immer noch auf dem, äh, ihr seid auf dem Server drauf So Lass Verfluchte Kacke, ey Ich könnte so ausresten Keine Ahnung Ähm, Timuru bist du? Zehn Meter unter der Erde Nein 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 Ganz weit weg Ich sollte mal was essen Ich sollte mal was essen Nein Ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt an deinem Inventar hattest und wo du ungefähr lagst Ich dachte, du bist tot, oder? Kann ich noch zu mir tippen? Könnte ich noch zu mir tippen? Fragezeichen Scheiße, ja, ich bin gestorben Scheiße, Alter In der Mine Ja, ja Boah ja da wo du gestorben bist Limbo wie bist du bei mir ich kann aber nicht alle aufnehmen hast du meine Sachen kann ich dich nicht hier zu mir holen mit TPA da macht der dann Spawnpunkt ja auch von einem abschmatzen den Luchse unglaublich und anstatt das später zu tun oder bist du hier bei mir ach du bist hier bei mir ja gut welche Kiste geil öffne die Kiste schnell öffne die Kiste da ist was geile drin für dich da langgehend Kiste Kürbis ab das war ein Diamant da bin ich verloren Alter was mache ich denn da gerade Jo, ich auch. Nichts Gutes, vermute ich. Daniel schraubt wieder an seinen Platt und so rum. Hast du recht. Wie kann er nur... Moment. Während unserer Zeit einfach mal seinen scheiß Bug in Swim zu bauen. Hoffentlich hört er das, ey. Tu das nicht. Du kannst halt gleich wie bei Call of Duty mal eine Woche für zwei. Einfach mal Z drücken und ein Team selber machen. Äh, im Teamgespräch. Ja, weiß ich. Was ist jetzt los? Schick mir nochmal eine TP-Anfrage. Die haben mich, ähm, glaube ich, IP gebannt oder irgendwas anderes. Jimmy? Was? Das Geilste war früher, wo wir...